Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe eine Nachfrage. Herr Gagher hat das jetzt alles wunderbar ausgeführt. Das finde ich auch ganz prima. Diese Positivliste, das finde ich eine sehr gute Idee. Das macht erstmal ordentlich Arbeit. Also viel Spaß dabei. Aber ich habe eine andere Idee in mir im Kopf gehabt, wegen der Einschränkungen in der Boot- und Setzzeit. Wie steht die Verwaltung zu einer Idee in einen Hundefreilauf, der eingezäunt ist, wie es das im Hundewald Harz zum Beispiel gibt, der dann ganzjährig zur Verfügung steht, damit Hunde unter Aufsicht ihrer Besitzer mal so ganzjährig Gas geben können, ohne dass irgendjemand gefährdet wird. Im Harz hat man das gemacht, das wurde entwildet komplett. Das ist ein Riesenareal. Aber vielleicht finden wir in Braunschweig so eine Fläche, wo man so etwas machen kann. Wie steht die Verwaltung zu so einer Idee? Vielen Dank, Frau Gries. Herr Gagher, bitte. Ja, Frau Vorsitzende, Frau...